Oha! Ist das mein Gegenstand? Okay, das ist ein kleines Kausse. Okay. Hier durch. Oha! Müssen wir uns die Erinnerung holen. Rutscher! Oha! Ist es ein Weg über diese Tauere? Ich habe schon zwei Jahre mehr Ruhm. Aha! Einen warmen Dings. Es ist nicht schwer genug. Können wir vielleicht... Es ist aber noch nicht schwer genug. Müssen wir auch weitere Eulen sammeln. Ich habe auch andere Kinderstirn. Oh! Ein Eule! Oh nein! 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 Da raus geht es! Und wir sehen uns... Boah! Wir nur kurz hier... zurücklegen... Sehr schön, 3 fehlen uns noch, 3 Figurien, ist ja auch so ein Klettergerüst, so ein Stammdenk, eine Rutsche, ein Schaufenpferd, oh nein, ach du Schreck, kam ein Ball von oben, jetzt bin ich da hoch, jetzt bin ich neugierig. Konzeptart haben wir gefunden, oh eine Säge, kaputt sägen, darüber vielleicht, ist Licht, nicht ist gut, ah ok, Kistenverrücken, oh ja, ja, dass ist, nicht so ein Licht, nicht so ein Licht, nicht erst, da ist die Figur, auf die andere Seite, Ich nehme mir die Rechte. Das ist schon. Ich nehme mir die Rechte. hier sind wir ok, kann ich die Figuren zurückbringen dann fehlen uns noch 2 und gehen auf den Turm dort hinauf dann mal Ausschau halten hier rein 2 noch Krammen ist leichter so, jetzt müssen wir zur linken Seite und glaube ich da waren wir noch nicht hier mal durchs Gestrub dahin durchsuchen was verdächtig aussieht ok das was ich gedacht hätte ach, hier kann man wohl her oder was ok, wo kriegen wir die nächste Figur her ja kann man nicht hoch hochrutschen kann man nicht hochrutschen kann man nicht ok, hier noch eine Figur da und jetzt kommen wir da an so ein großer Stein drauf so stark sind wir nicht Ok... Minuta haben wir nichts. Hier stumpf verschieben. Die Kiste wenigstens verschieben. Wenn wir da oben drauf können. Hm... Scheinbar nicht. Hier haben wir Reifen. Das Reifen geht nicht ab. Reifen geht nicht ab. Ah, sehr schön. Inzeichnung. Figur. Schnell zurück damit. Fehlt uns noch eine Figur. Sobald nicht so viele Figuren auf einmal. Ah, ja. Ok, prinzipiell dürfte das schon reichen. Schneiden. Aber... Ja. Eben nicht. So war ich noch nicht. Hier schon geguckt. Ich glaube nein. Ah, doch hier unten waren wir. Oha. 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 Oho. Oha. Es zieht mal. Oha. Oha. Ich komme an die Schmuch. Oh, hier ist jetzt die Statue. Oh nein, Vorsporn vom großen Mann, nein. Verstecken. Und mal ein Zug hier rein. Wenn es die Flieger einsetzen, kommen wir da hoch. So, jetzt können wir hier, sehr schön. Wo geht denn das Haus? Ja, das ist das Haus. Ich gehe hier nicht. Oha, alles hört sich ziemlich kussisch an hier. Oha. Mal starten. Ok. Die Sternbrücke. Zurück. Oh wei. Die Blumen können wir nicht anfassen. Oh ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die Sternbrücke. Eine Xylophon. Eine Xylophonbrücke. Oh nein. Oh nein. Wir müssen näher kommen. Ich hörte auch die Mama singen. Ich kann gerne drüben. Wir haben es wieder zurück. Wieder hier. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ob das eine gute Sache ist, wieder hier zu sein. Aber okay. Die Tür ist noch offen. Sehr schön. Okay. Okay. Sie muss so über dich über dich sein. Aber keine Angst. Du und ich werden das alles zusammenarbeiten. So. Das Ding hier. Rein dort. Und einschmelzen. Meinen Portal Energie verwandeln meine ich. Okay. Ah, die zweite. Das zweite Ding. Ah, hier der Umhänger. Hier die... Hier die... Spielüber. Wir müssen noch zwei weitere finden. So, komm. Zweites Portal. Gehen voran. Gehen voran. Gehen voran, sagte ich. Teddy? So. Du ich hier. Eine Rutschpartie. Karrigando. Was auch immer das bedeuten will. Oha. Der Mansion. Gleich mal hier verstecken. Erst mal umschauen. Oha. Das ist so riesig hier. Alles riesig, gigantisch. Gucken wir da hoch. Tatsache. Wir können da hoch. Vielleicht mal ein Licht verbrennen. Okay, das können wir nicht. Kein Sleise. Scheinen Bäume zu sein oder so. Oh ja. Oha. Wo sind wir hier? Ach du Schander. Eine nächste Anruf. Eine Grasnarbe. Oh. 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 Das ist ein Puzzle. Und da fehlen Teile. Die muss man wohl noch finden. Die Puzzleteile. Ah, hier scheint eins zu sein. Puzzleteile. Das ist eine Konzeptezeichnung. Ich kann die nicht mitnehmen. Okay, dann halt nicht. Wahrscheinlich schaltet man sich so eine Konzeptkünste frei, wenn man den wir hier die Seiten finden. Gar nicht gruselig im Horrorfilm Seiten zu finden. Nein, du lässt grüßen. Wir haben ein Teil. Oha. Das zweite und das dritte Teil liegt dort und dort. Fast hier. Hier hoch. Oder auch nicht. Oha. Sieht ins Gemälde rein. Also wundern. Hinter den Spiegeln. über die Bucke. Au. Hingefeuern. Oh nein. Klisch klatsch. Klisch klatsch. Wo ist nass. Was ist nass. Was haben wir hier. Eine kleine Pilzrutsche. Ahaha. Dann kommen wir vielleicht hoch. Äh. Ja. Mit dem Stuhl vielleicht. Äh. Äh. Mit dem Stuhl vielleicht. Hier. Ahaha. Ist einmal gewacht. Jetzt ist es hier auf dem Fenster sims. Unten durch und. Halt auf dem Stein aufstarren. Oh je. Und jetzt hier hin, das Bücherregal hoch, den Baumstammstuhl, auf das Teil, ich sehe was, das ist nur eine Kreidezeichnung, mit einem Zettel auf dem Boden, das fühlt sich hier fast nur ein Jump'n'Run. Und jetzt hier hin, das ist nur eine Kreidezeichnung, mit einer Kreidezeichnung, mit einer Kreidezeichnung,